Und jetzt bin ich im Wohnzimmer von der Familie Mozart und Leopold Mozart wird ja heuer 300 Jahre alt und ja, ich hab die Geige, ich möchte ein Ständchen für ihn spielen und sein Sohn war so dreist, dass er ein Lied geschrieben hat, das kennt jeder wirklich, nur mal jeder auf dieser Welt, wo er so am Anfang so über die Beziehung zwischen Kindern und Eltern gesprochen hat und ja, die Melodie ist harmlos, aber der Inhalt, so, so. Vielen Dank.